Ein weiterer Ausgang aus dem Körbchen ist die Führung am Ellenbogen. Die Dame dreht ein. Hier greift er am Ellenbogen, dreht sie raus und dreht sie auch wieder zurück. Original Tempo. Eins, zwei, Tipp. Eins, zwei, Tipp. Raus mit ihr. Zurück. Und er könnte natürlich dabei auch noch mitdrehen. Eins, zwei, Tipp. Eins, zwei, Tipp. Eins, zwei, Tipp. Eins, zwei, Tipp.